Und was machen die zweibeinigen Athleten, wenn sie sich mal nicht auf das Springen konzentrieren müssen? Also wenn wir gerade mal keinen Springen haben, dann spielen wir Fußball oder gucken Fernseher oder spielen Playstation. Natürlich halten sie dann auch ihre Pferde bei Laune. Also wenn meine Pferde gerade keine Prüfung gehen müssen, dann führe ich sie oder lasse sie einfach nur grasen. Hier auf diesem Turnier ist es total entspannt. Ich habe nur zwei Pferde dabei und das ist dann schon ein bisschen so wie Urlaub.